Gerade zu Corona zeigt ein naheliegendes Ziel die Herbstferien. Nur nicht alle sind noch zu kommen. Schleswig-Holstein hat nun eine bis zu 14-tägige Karatelle, die eine Reise auch aus den vier Berliner Risikos nicht mehr erlassen hat. Angesichts der steigenden Infektionszahlen in vielen deutschen Regionen keine praktikale Lösung, definiert der Gesundheitsexperte der SPD. Und ich glaube, das ist dann sehr gut, dass ich gehört, wohin man noch gar nicht nachholen kann, oder wohin nicht. Neben den vier Berliner Bezirfen gibt es derzeit ein Corona-Restort in Deutschland. Die Bundesländer gehen damit ganz unterschiedlich um. Dass einige Länder Karatele-Regeln bereiten...